Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung. Ja, also dieser Struggle für den Hund irgendwas zu finden zum Geburtstag, zu Weihnachten, das klingt eigentlich immer ein bisschen kitschig. Aber irgendwie macht man es dann doch gerne. Ich sage mir dann halt auch immer, eigentlich braucht man gar nicht so viel Spielzeug und so viel Klimbim und so. Aber irgendwie ist es dann manchmal, zu manchen Gegebenheiten auch ganz schön. Aber apropos an alles gedacht, bei Alsa gibt es natürlich neben dem Adventskalender noch tolle weitere Möglichkeiten zum Einkaufen. Die bieten über Hundefutter, was beispielsweise Nassfutter sein kann, Trockenfutter, Getreidefreies Futter, wie Jenny auch schon gesagt hat, Kauartikel, auch Leckerlis an. Des Weiteren gibt es auch eine große Auswahl an verschiedenen Hundezubehör-Sortimenten, wie beispielsweise Hundebetten, Näpfe, auch Pflegeprodukte für Hunde, Spielzeug natürlich und auch alles Mögliche für unterwegs. Und Parker liebt die Leckerlis von Alsa. Das ist nämlich die, die er ständig bekommt und wir können sie nur weiterempfehlen, beziehungsweise Parker würde sie weiterempfehlen. Ja, kleiner Tipp an dieser Stelle, was Parker sehr gut gefällt, sind die getrockneten Lungenwürfel. Also dafür würde er tatsächlich sterben wollen. Aber wenn ihr Bock auf diesen Adventskalender habt, der ein Vieles vereinfacht, dann könnt ihr mit dem Gutscheincode 10 als Zahl 10 Parker, P-A-R-K-E-R, also 10 Parker, einen Rabatt von 10 Euro ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommen. Damit supportet ihr uns, wenn ihr dort mal vorbeischaut und natürlich auch ein tolles Unternehmen wie Alsa Hundewelt, die es schon seit mittlerweile über 25 Jahre gibt. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal rein, supportet uns, supportet Alsa und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Alles über einen Kamm Podcast. Und da hat der Parker auch gerade genießt. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Heute starte ich mal und ich begrüße heute mal Daniel. Stark, stark. Es gibt Fleißpunkte. Es gibt eine gute Bewertung bei Spotify, Apple und Co., würde ich sagen. Nicht schlecht, Jenny, nicht schlecht. Wurde ja auch mal Zeit, ne, nach so langer Zeit. Ja, also irgendwann muss man dann auch mal die Schwimmflügel abwerfen, ne. Richtig. Dann muss man nochmal seinen Freischwimmer machen und dann wird man einfach klaps auf den Po und rein ins Nichtschwimmerbecken, ne. Habe ich bestanden. Ja, würde ich sagen. Sehr gut. Aber viel schöner, als dass ich den Daniel begrüßen kann, ist, dass ich die liebe Kathi begrüßen kann. Hallo. Hallo. Und die Kathi ist von Richback in Not e.V. und wir hatten sie ja auch bereits schon mal zu Gast. Wir hatten sie schon mal zu Gast und das war, wir haben vor der Aufnahme nochmal nachgeschaut, das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass sie da war, war im Mai. Oder besser gesagt, die Episode wurde Anfang Mai ausgestrahlt und da ging es auch um zwei, zwei Hunde und zwar den Rocco und, warte mal, der oder die Leo? Der Leo. Der Leo. War auch ein Rüde, waren zwei Rüden. Genau, das waren zwei Rüden, die wurden vorgestellt, da wollen wir natürlich gleich auch mal kurz nachfragen, was aus den beiden Dingen geworden ist und nach wie vor stehen Jenny und ich zu dieser kleinen Idee, besser gesagt zu dieser kleinen Kooperation mit Richback in Not e.V., sodass wir hier gerne mal Sendezeit zur Verfügung stellen und uns mal ein bisschen aufklären lassen über die Arbeit in dem Verein, was da so passiert ist. Und natürlich auch, um hier ein bisschen Speeddating zu machen und heute hat die liebe Kathi mal wieder zwei tolle Hunde mitgebracht und da wollen wir nochmal genauer zuhören. Und wir sind hier die Villa Kunterbund, nicht, dass wir hier noch zu dritt sitzen, sondern der Rhodesian Richback-Rüde Richard Parker liegt hier auch neben uns und, falls ihr im Hintergrund komische Geräusche hören solltet, in diesem Haus, in dem wir sitzen. Wir sitzen nämlich unter dem Dach, direkt unter dem Dach mit einem wundervollen Blick auf die Stadt Münster, aber hier wird gerade, warum auch immer, renoviert mit schwerem Gerät. Es ist die Handwerker-Folge. Es ist die Handwerker-Folge, es tut mir sehr leid. Jeder gute Podcast hat eine Handwerker-Folge. Wir müssen natürlich hier ein bisschen Rücksicht darauf nehmen. Tut uns leid, aber so ist es und damit, ja, glaube ich, haben wir erstmal den Disclaimer hier abgehandelt. Jawohl. So, Kathi, wie geht's dir denn? Erste Frage. Sehr gut. Danke, dass ich nochmal hier sein darf. Danke, dass wir nochmal, oder ich, wir vom Verein nochmal zwei Hunde vorstellen dürfen. Freut mich sehr. Stimme ein bisschen angekratzt, sonst geht's mir gut. Hervorragend wie immer. Und, ja, ich hab wieder zwei Hunde mitgebracht. Achso, du hattest vorhin gefragt, wie es den anderen beiden geht. Genau. Der Leo ist gut unter, sehr schön. Das ist gut. Der Rocco leider noch nicht. Der Rocco war ja auch so, oder ist immer noch so ein bisschen unser Sorgenkind, weil er in einer Pension lebt. Ist ein Ritschbeck-Mix. Aber vielleicht kurzes Update zu Rocco. Der macht sich richtig, richtig gut. Also, falls vielleicht doch jemand auch Interesse an einem Ritschbeck-Mix hat. Ein sehr hübschen, netten Kerl. Der macht sich im Training total gut. Ist total verschmust. Wird immer cooler mit Besuchern, Menschen generell. Ist mit anderen Hunden verträglich. Und wir kriegen schöne, lustige Updates. Wir haben auch kürzlich nochmal ein Video bei Instagram hochgeladen über ihn. Also, vielleicht einfach nochmal reingucken. Vielleicht finden wir ja doch noch wen für Rocco. Was war denn das für ein Mix? Wenn ich nochmal kurz unterbreche. Der Rocco ist ein Schweizer Zen-Ritschbeck-Mix. Ah, genau so war das. Also, großer Kerl. Ein bisschen mehr Fell als ein Ritschbeck. Aber jetzt nicht superfällig. Ich würde sagen, so Labrador-Fell. Aber vielleicht sonst einfach nochmal irgendwie auf die Fotos gucken. Ganz süßer Kerl. So ein bisschen mehr Teddybär als der klassische Ritschbeck, würde ich jetzt sagen. Und da wollte ich nur nochmal einwerfen. Episode 55 ist das. Und wer dann eben nochmal ein bisschen mehr über den Rocco hören möchte, der kann das nämlich in der Folge wesentlich detaillierter tun, als wir das jetzt hier gemacht haben. Und ansonsten, meine Frage noch, gab es Feedback? Also hat diese Coop vielleicht ein bisschen mehr Reichweite erzielt? Oder wie würdest du das einschätzen? Reichweite kann ich persönlich nicht so wirklich gut sagen, weil wir das nicht, also auf unserer Webseite den Traffic jetzt nicht so beobachten. Bei Facebook, glaube ich, tatsächlich gab es ein bisschen mehr. Kann ich jetzt aber auch nicht zu 100 Prozent sagen. Aber wir haben Feedback gekriegt in Form von E-Mails und Privatnachrichten über Facebook. Mich privat haben auch zwei, drei auch schon Leute angeschrieben von vor ein paar Jahren. Sagt, ey, ich habe dich gehört, cool, irgendwie schöne Folge, fanden sie gut. Also das, was wir an Feedback bekommen haben, war auf jeden Fall positiv. Das freut uns. In Zahlen an Webseiten bin ich ganz schlecht. Ach nein, in Zahlen geht es ja auch nicht. Nein, aber das Feedback war positiv und wir haben auf jeden Fall von ein paar Leuten gehört, dass sie das gut fanden. Schön. Schön, sehr, sehr schön. So soll es sein. Das ist gut. Das gibt uns auch alle ein sehr gutes Gefühl, Jenny. Auf jeden Fall. Wenn du magst, darfst du aber jetzt gerne starten mit den beiden Hunden, die du uns mitbringen möchtest. Mache ich gerne. Ich würde mit dem Keanu starten. Das ist ein Ritschbeck-Rüde. Drei Jahre alt, also ziemlich genau drei Jahre, jetzt im Oktober drei geworden. Unkastrierter Rüde, kein Riesenkerl, so 37 Kilo. Hübsches, dunkelrotbraunes Kerlchen. Hat ein kleines Handicap. Und zwar hat er Epilepsie. Oha. Ist uns durchaus bewusst, dass das total schwierig ist, für einen Hund mit Epilepsie ein neues Zuhause zu finden. Ist auch der Halterin bewusst, also den jetzigen Haltern. Er wird abgegeben, weil sie mit der Gesamtsituation überfordert sind und auch einfach das Gefühl haben, dass es das falsche Zuhause ist, weil er lebt jetzt in einem Zuhause mit zwei Kindern. Was super gut funktioniert. Also der hat überhaupt keine Probleme mit Kindern. Wir würden aber ein Zuhause suchen ohne Kinder. Jeder, der vielleicht schon mal Berührungspunkte mit Epilepsiehunden hatte, der weiß, dass Ruhe, geregelte Abläufe, ja, dass das einfach total wichtig ist. Wir kennen uns ja ein bisschen damit aus. Ja. Ja, total. Also da auf jeden Fall erstmal zur Einschätzung. Das habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, dass ich ja auch früher mit Dackeln aufgewachsen bin. Und einen Dackel, den gab es, der hatte auch Epilepsie. Und das auch sehr früh bekommen. Auch, glaube ich, so mit ein, zwei, drei Jahren müsste es gewesen sein. Ja, war bei ihm aus mit einem Jahr ungefähr. Und der wurde dann auch eingestellt mit Medikamenten, mit Tabletten, die er auch zweimal am Tag bekommen musste, wie der Herr Parker auch. Und ja, es ist halt zumindest in der Form der Epilepsie total richtig, dass dieser Hund einen sehr, sehr festen und strukturierten Tagesablauf brauchte, der immer gleich ist. Und vor allen Dingen auch ein Zuhause, wo eben nicht so viel, ja, wie soll man sagen, so viel Verkehr und so viel Action herrscht. Weil das konnte man bei dem Dackel damals immer genau ableiten, wenn der sehr viel Action hatte, wenn Geburtstage waren oder ähnliches. Und der diese ganzen Eindrücke gesammelt hat, dann konnte man eigentlich das Ganze an einer Hand abzählen, dass der am nächsten Tag aller Voraussicht nach so einen Kompensationsanfall kriegt. Genau, das ist das Thema. Das ist jetzt da Gott sei Dank nicht so, dass er jedes Mal einen Anfall kriegt, wenn ein bisschen was los ist. Aber natürlich ist das mit einem oder in einem Haushalt mit Kindern viel schwieriger, Ruhe reinzukriegen. Und man kann auch schlecht Kindern verbieten, jetzt Besuch zu haben, etc. Nee, natürlich nicht. Und ja, Einstellung ist ein wichtiges Thema, hast du schon gesagt. Also auch beim Keanu, der ist schon eingestellt. Die Einstellung ist sicherlich noch nicht am Ende. Er hat, also er bekommt Medikamente, auch täglich. Die müsste er auch weiter bekommen. Da würden wir natürlich auch, wie bei allen Hunden, die irgendwelche Themen haben, weiter begleiten, unterstützen und helfen. In jeglicher Form, da kann man über alles sprechen. Aber trotzdem hat er derzeit ungefähr alle zwei Wochen einen Anfall. Das sind nicht immer generalisierte Anfälle. Das sind manchmal auch fokale Anfälle. Also für die, die es vielleicht nicht kennen, also dass der Hund so ein bisschen wie tronzt oder einfach nur steht und in die Ecke starrt. Das kann auch mal sein. Das ist natürlich viel leichter, damit umzugehen und auch den Hund da wieder rauszuholen. Er kommt aus den Anfällen derzeit immer ohne Notfallmedikation wieder raus. Ist für die, die vielleicht Erfahrung mit Epilepsie haben, auch wichtig, weil das ist natürlich nochmal eine schwierigere Nummer, ganz klar zu sagen. Aber er braucht halt jemanden oder Menschen, einen Menschen, mehrere Menschen. Ich würde da sogar empfehlen, mindestens zwei Menschen, weil das kann schwierig werden, sich um so einen Hund zu kümmern. Oder jemand oder einen Menschen mit einem guten Backup, also mit einem guten Umfeld, die auch bereit sind zu helfen und da mal zu unterstützen. Die damit klarkommen und die wissen, was das bedeutet, einen Hund mit Epilepsie zu halten. Weil der restliche Alltag ist eigentlich relativ normal. Also das ist ein sonst fitter, klingt jetzt komisch, aber er ist sonst fit. Das ist ein fitter, gut gelaunter, wirklich fröhlicher, freundlicher, dreijähriger Rentschbeckrüde. Der noch viel lernen muss, der hat die eine oder andere kleine Baustelle im Training, aber der will spazieren gehen, der will lernen, der will toben, der will rennen, der will spielen, der will laufen. Also ansonsten alles wie jeder Hund auch. Ja, also dazu kann ich auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich persönlich es zumindest wesentlich anstrengender empfunden habe, die Zeit, wo man nicht wusste, was es genau ist. Also als das das erste Mal passiert ist, das war morgens um drei mitten in der Nacht und mir fällt ein fast 50 Kilo schwerer Rentschbeck aus dem Bett und zappelt und sabbert und schlägt um sich. Das war schon sehr, sehr unschön. Also es ist nicht schön, das zu sehen, aber jetzt, nachdem er eingestellt ist, nachdem man so ein bisschen Diagnostik gemacht hat, ist das Leben auf jeden Fall entspannt damit. Also man muss trotzdem ja damit rechnen, es kann wieder passieren, aber wenn man weiß, man hat einen Hund, der den Hang hat zur Epilepsie und man hat so ein paar Vorbereitungen und wenn es nur das Handtuch ist, das schon parat liegt, wenn es natürlich die Medikamente sind, wenn es die Notfallmedikamente sind, dann ist man auf jeden Fall sehr gut präpariert, um trotzdem ein gutes, langes Leben und halt auch aktives Leben mit einem epileptischen Hund zu haben. Also so war es zumindest beim Dackel auch, der Dackel ist 16 Jahre alt geworden und in den Arm meiner Mutter gestorben. Also ein besseres Leben konnte man sich jetzt auch in Anführungszeichen nicht vorstellen, minus der Epilepsie natürlich. Nein, das denke ich auch und ich denke auch, gerade was du sagst, ein aktives und relativ normales Leben, wenn man mit der Epilepsie klarkommt und sich daran gewöhnt hat, blöd das auch klingt, und weiß, was da kommt und dass es kommen kann, dann lebt man auch wieder etwas normaler damit. Dann kehrt so eine Normalität ein und natürlich trifft man Vorkehrungen. Der Keanu kann zum Beispiel gut alleine bleiben, auch stundenweise. Natürlich müsste er das in einem neuen Zuhause wieder lernen, so wie alle Nothunde, wenn sie umziehen. Und man lässt jetzt vielleicht nicht irgendwie 20 Glasvasen auf dem Boden stehen. Aber man kann Räume und Situationen schaffen, dass der ein normales Leben haben kann und dass man selber auch wieder ein normales Leben haben kann. Also ich habe das auch, wir hatten eine Bewerberin für den Hund, das passte dann leider nicht. Aber, habe ich auch gesagt, man findet wieder in ein normales Leben. Also man rennt nicht mit so einem Hund, meiner Meinung nach, 24 Stunden lang mit offenem panischem Blick rum und wartet, dass er einen Anfall hat. Nein, darum geht es nicht. Aber trotzdem ist es natürlich eine Krankheit, die schon anstrengend ist und wir suchen einfach Leute, die damit umgehen können. Und dann kriegen die, glaube ich, einen ganz tollen Hund, weil der Rest vom Hund ist völlig normal. Ist einfach so. Ich glaube, was, also wenn ich jetzt an einem Hund Interesse hätte, der Epilepsie hat und wenn ich mich nicht mit der Krankheit auskennen würde, ich glaube, ich würde mir vorher ein Video angucken, um einfach zu sehen, was auf mich zukommt. Weil ich weiß es ja von Parker, das ist, also man sollte das vorher mal gesehen haben und dann nicht, dass der Hund dann der Kian nun Anfall bekommt und mich entsetzt das so und mich verstört das so, dass ich sage, okay, das kann ich definitiv nicht und dann muss Kiano doch wieder zurück. Ich glaube, da ist man gut beraten, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Das ist super, dass du das sagst. Das empfehlen wir tatsächlich auch Bewerbern. Also es ist nicht der erste Hund mit Epilepsie, den wir vermitteln. Und wir empfehlen das Bewerbern, die noch keinen Epilepsiehund hatten. Das ist nicht so blöd, das klingt. Kann ich auch jetzt hier nur so empfehlen, wie du es gesagt hast, sich einfach mal Videos anzuschauen von auch Grand-Mal-Anfällen, von generalisierten Anfällen. Unter den Themen findet man bei YouTube einiges. Und wenn man sagt, okay, das kann ich stehen, das kann ich haben, das ist nicht schön. Aber wenn man das kann, sind das halt auch eben nur kurze Episoden in einem sonst langen Leben. Total. Also wenn man einen Hund hat und der bekommt Epilepsie oder den ersten Anfall oder so, habe ich es an meinen Eltern gesehen, die damals ja auch überfordert waren mit der Situation und auch gedacht haben, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Aber man kann ihn trotzdem auch mit einem guten Tierarzt, guter Tierärztin, einer vernünftigen Einstellung, einer normalen, regelmäßigen Überwachung des Tieres einfach ein gutes Leben ermöglichen. Und ich weiß noch, wie anstrengend die Tage waren, als Parker dann so diese Clusteranfälle gehabt hat, morgens, mittags, abends, wo wir dann abends auch gar nicht zu Hause waren, kommen nach Hause und der Hund völlig aufgelöst und das halbe Wohnzimmer war verunstaltet und vollgepinkelt und was weiß ich was. Sehr uncool, aber man wächst mit seinen Aufgaben und danach, toi toi toi, ist es bisher nicht passiert. Und mittlerweile ist es jetzt auch nicht so, dass meine Partnerin nicht darüber nachdenkt, können wir diesen Hund alleine lassen. Der bleibt am Tag mehrere Stunden mal alleine, weil man raus muss, weil man dies erledigen muss, das erledigen muss. Und da geht man auch ohne Angst. Also ich möchte keine Werbung machen dafür, dass alle Menschen jetzt einen epileptischen Hund zu Hause haben sollen. Das ist nicht für jeden was, definitiv nicht. Aber Menschen, die es entweder kennen, die Erfahrungswerte damit haben, die sich das zutrauen, die vielleicht selber interessiert sind, so ein bisschen an tiermedizinischen Dingen und sich damit auseinandersetzen, kann ich auf jeden Fall sagen, ey, das ist ein Tier, dem kann man ein sehr, sehr gutes Leben schenken und auch ein sehr, sehr gutes Leben mit ihm führen. Ja, und man kann ja auch eben das Glück haben, wie wir bei Parker, dass der Hund irgendwann so gut eingestellt ist, irgendwie, dass Anfälle kaum noch oder sogar gar nicht auftreten. Parker hatte jetzt, wie gesagt, ein halbes Jahr gar keinen Anfall mehr. Das ist echt super. Ja, vielleicht hat Kiano auch das Glück, dass wenn er richtig eingestellt ist, dass es einfach so kommen wird. Das kann sein, das wissen wir nicht. Die sind, also diese erste Arbeit, über die du gerade gesprochen hast, Daniel, ist halt auch schon getan. Also die sind auch in Kontakt mit der LMU. Also diese ganzen, der ist ja eingestellt, da gibt es Tierärzte und wie gesagt, da begleiten wir auch weiterhin. Ich denke wirklich, da muss man einfach gucken, wenn man da Interesse dran hat, auch einfach gerne anrufen und mir tausend Fragen stellen. Also ist überhaupt kein Problem. Ich informiere da gerne. Auch die Besitzerin ist da gerne bereit, drüber zu sprechen. Ist alles ganz offen und transparent. Und dann guckt man einfach, ob das was sein könnte. Vielleicht noch ganz kurz so generell zu Kiano. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Eigentlich typischer dreijähriger Ritschbeck. Er ist im Moment noch sehr aufgeregt bei Hundebegegnungen an der Leine. Okay, normal. Ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Nö, absolut nicht. Ist aber zu händeln und umzulenken. Aber da muss definitiv noch dran gearbeitet werden. Was ein bisschen zu kurz gekommen ist in seinem Training, ist der Freilauf. Tatsächlich aus Angst heraus. Eben, wo wir gerade darüber gesprochen haben, man kommt irgendwann in so ein Normalverhalten wieder rein und die sind einfach so ein bisschen wie paralysiert in der Angst und wollen nicht, dass der Hund zu viel macht, dass was passiert. Deswegen ist Freilauf einfach zu kurz gekommen. Das müsste eben auch mit ihm wieder erarbeitet werden, weil auch ein Hund mit Epilepsi, du hast es vorhin schon gesagt, du hast es beide gesagt, kann natürlich ganz normal freilaufen, kann Freunde haben, kann toben, rennen. Das muss mit ihm wieder aufgearbeitet werden. Was er gut kann und kennt, sind eben Menschen. Besucher, cool, überhaupt kein Problem. Man kann reinkommen, man kann ihn streicheln, er ist freudig. Also das ist auch kein Riesenstressor für ihn. Was ja auch mal ganz schön ist, einen Ritschbeck zu haben, der damit kein Thema hat. Auf jeden Fall. Und genau. Aber Hundebegegnungen und Freilauf, das muss einfach noch trainiert werden. Ja, das würde ich sagen, sind ganz herkömmliche Herausforderungen, nicht mal Probleme, die man grundsätzlich immer hat. Denke ich auch. Und man darf mit ihm arbeiten. Er will das. Deswegen braucht einfach Leute, die da Bock drauf haben und vielleicht noch ein bisschen mehr Bock auf eben ein bisschen extra Portionen. Ja, aber gut. Wie ich immer sage, wenn man sich für ein Tier, für einen Hund entscheidet, sollte es das größte Hobby sein. Und irgendwann erntet man dann halt auch mal die Früchte für die lange Arbeit. Und das heißt, man muss sein Tier irgendwie entweder gar nicht mehr anleihen oder nur noch dann, wenn es laut Gesetz sein muss. Und das traue ich dann dem Keanu auch zu. Wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann wird das schon werden. Also da sehe ich eigentlich bei Tieren grundsätzlich immer sehr, sehr positiv. Ja, und selbst wenn er mal an der Leine laufen muss, ist das ja alles überhaupt kein Problem. Aber das sehe ich auch absolut nicht als Riesenbaustelle. Also unsere Einschätzung, also wir schicken ja immer Leute hin, die wir kennen, die die Hunde einschätzen, wenn wir nicht selber nah genug dran sind und sagt auch ganz klar, toller, noch junger Hund. Also mit dem kann man arbeiten. Klingt nach einem Hund für mich. Aber naja, Herr Parker. Herr Parker möchte Einzelkind bleiben. Ja, ich glaube. Also davon, das schätze ich zumindest. Ja, sei es ihm gegönnt. Das stimmt. Aber sonst ist er gut drauf. Und wie ist das jetzt gerade? Er ist noch bei der Familie? Der ist noch in der Familie. Er wird auch in der Familie bleiben. Also das ist nicht so, dass die sagen, oh Gott, wir können das gar nicht, der muss hier weg. Aber die sagen ganz klar, ja, vielleicht wäre es für alle Beteiligten ganz besonders den Hund entspannter. Woanders zu leben. Nein, nein, der wird auch in der Familie bleiben, bis ich ein Zuhause bin. Das ist ja auch erstmal ein gutes Zeichen. Das zeigt ja schon mal, dass der Hund ein gutes Wesen hat. Ja, und auch die Leute. Also der wird geliebt, der ist gut gepflegt. Also wir haben tolle Fotos auf der Seite von ihm. Einfach mal drauf gucken und mit Zweifel melden und Fragen stellen. Genau, das habt ihr gehört. Ich verlinke den guten Keanu natürlich auch direkt in unserer Folgenbeschreibung. Da braucht ihr nur mal schauen. Dann könnt ihr da direkt drauf klicken und werdet direkt auf die Seite geleitet. Okay, das war der Keanu. Wen hast du denn sonst noch am Start? Ich habe noch einen Pepe. 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 Klingt wie ein Fußballer. Auch drei Jahre alt. Am August, Juli drei geworden. Kastriert. Ein heller Ritschbeck. Auch mal ganz schön. Habt ja auch viele Liebhaber. Bisschen größer. Hat so um die 40 Kilo. Alles Leichtgewichte gegen Herrn Parker. Ja gut, mit drei. Darf ich fragen, was der Herr Parker wiegt? Er hat abgespeckt. Er wiegt jetzt nur noch 45,5. Ach, guck. Fast 50. Er war viel zu schwer. Er war schon ein bisschen speckig, ja. Ja, tut dann immer auch im Alter ganz gut, ne? Das ist richtig. Ja, das stimmt schon. Aber jetzt wieder zu Pepe. Nee, Pepe. Ja, Ritschbeck-Grüde auch. Und der wird abgegeben, weil er aufgrund von persönlichen Gründen nicht mehr ausreichend ausgelastet werden kann. Und sucht einfach dementsprechend neues Zuhause, wo das wieder möglich ist. Also ein aktives... Genau, aktives Kerlchen. Aktives Kerlchen. Ja, aber normal. Dreijähriger Ritschbeck auch da wieder, ne? Also von der Aktivität her, wer sich einen dreijährigen Ritschbeck sucht oder sich einen Ritschbeck sucht, der wird, denke ich, oder hoffe ich, wissen, dass man vielleicht auch ein bisschen an der frischen Luft die Zeit verbringt mit dem Hund. Ja, er hat sich jetzt halt gezeigt, dadurch, dass so wenig mit ihm gemacht werden kann, aufgrund der persönlichen Probleme, dass er auch schon mal geschnappt hat, wenn Bewegungsreize sehr schnell nahe kommen, das ist definitiv ein Thema, an dem bearbeitet werden muss. Also da muss auch noch ein bisschen trainiert werden, ist aber kein hochaggressiver, gefährlicher Hund. Also auch wieder ein Ritschbeck im besten Alter, der Training braucht, ein bisschen Verständnis. Hat auch grundsätzlich einen guten Grundgehorsam, darf auch frei laufen, kann auch frei laufen, ist also auch abrufbar. Natürlich da wieder auch nicht in jeder Situation, wir können hier nicht sagen, ihr holt euch hier jetzt einen Hund und der läuft überall frei. Nein, aber er ist grundsätzlich abrufbar, ist auch mit anderen Hunden soweit verträglich, auch mit anderen Rüden, ist da eher deeskalierend unterwegs und eigentlich eher ein nettes Kerlchen. Mag er Kinder? Ja, aufgrund der Thematik, dass er jetzt eben schon mal geschnappt hat, sagen wir immer ganz klar, lieber nicht zu Kindern. Weil auch wenn es jetzt um Bewegungsreize ringt und er quasi nach vorne gesprungen ist und geschnappt hat oder vielleicht mal sagt, oh ich muss hier weg und schnappt, das ist halt immer mit Kindern im Haushalt, die daneben stehen an der Leine, sagen wir, da sind wir relativ streng wahrscheinlich. Puh, will man das unbedingt haben, wenn man Kinder unter 1,40 neben sich rumlaufen hat und einfach ein sehr großer Hund, wenn der dann schnappt, ist man einfach auf die Sicht. Nee, hast du recht, stimmt, da habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ja, nur das ist tatsächlich so der Grund, der hat jetzt kein spezielles Problem mit Kindern, also es ist jetzt nichts bekannt, es ist jetzt nicht so, dass er ein Kind gebissen hat oder sowas. Aber wir würden eben aufgrund der Thematik, dass man im Moment schwer einschätzen kann, vielleicht ist das auch eine Sache, die einfach in ein paar Monaten gut trainiert ist, aber wenn das nicht so ist, ist das Leben mit Kind und so einem Hund natürlich sehr anstrengend. Und bevor er dann vielleicht doch wieder zurück muss, das muss ja nicht sein. Deswegen sagen wir einfach lieber auch da wieder eher ruhiges Zuhause mit viel Geduld, viel Zeit und ganz ehrlich, es gibt vielleicht die Menschen, aber wer mit Kindern viel Zeit hat, Hut ab. Aber ein Richback, der eben noch viel Zeit braucht, ja, vielleicht größere Kinder natürlich, Teenager, Alter, 16, 17, sowas, gar kein Problem, aber da sollte man sich eben bewusst sein, dass kleinere Kinder da sicherlich eher hinderlich sind. Okay, also wir haben es hier mit einem dreijährigen, pubertierenden Richback zu tun, der aufgrund des Bewegungsmangels, den er jetzt hat, dann irgendwie seine Triebe so ein bisschen in Anführungszeichen kanalisieren muss. Ja, ob der noch pubertiert, wie gesagt, lassen wir mal da hingestellt, aber mit drei, aber er ist einfach noch nicht fertig und wahrscheinlich ist da einfach noch ein bisschen was aufzuholen, ein bisschen was nachzuholen, aber Fakt ist, da ist viel Zeit reinzustecken. Ja. Da ist viel Zeit einfach jetzt. Wo wohnt der Pepe denn gerade? Der Pepe wohnt in der Nähe von Leipzig. Okay. Stimmt, das hatten wir bei Keanu gar nicht gesagt. Nee, das ist mir, ja. Der wohnt in Wesel, also Niederrhein, NRW. Okay. Und man würde, wenn man sich jetzt interessiert, würde man mit euch zusammen nach Leipzig beziehungsweise Wesel fahren? Alle zusammen? Alle zusammen. Ich fahre, nein, ich fahre nicht mit. Oder jemand aus dem Verein? Jemand aus dem Verein. In der Regel läuft es so ab, dass, wenn sich jemand bewirbt, den Hund kennen wir ja schon, den hat sich ja jemand vom Verein angeschaut, dass wir uns die Leute, die sich bewerben, anschauen. Wenn da auch alles gut aussieht und passt, würden wir den Kontakt zwischen Halter oder Pflegestelle, jetzt sind beide Hunde noch bei ihren Haltern, also beide noch in ihrem Zuhause, also zwischen Halter und Bewerber herstellen und die würden ein erstes Treffen selber abstimmen. Es gibt immer wieder den Fall, dass da Fragen sind oder dass entweder der Halter, also der Abgebende oder der Bewerber den Wunsch hat, dass jemand vom Verein dazukommt, dann machen wir das natürlich. Okay. Aber wir fahren nicht quer durch Deutschland, sondern auch da würde jemand, wir haben eigentlich wirklich deutschlandweit Leute, die uns unterstützen und dann kommt jemand dazu. Beim Kiano, der ist jetzt in Wesel, das ist für mich so eine Stunde Fahrt, da würde ich wahrscheinlich sogar mit hinfahren, ja. Aber nach Leipzig sprengt so ein bisschen meinen zeitlichen Rahmen. Den vermittle ich aber auch gar nicht, den vermittelt eine Kollegin. Okay. Den Pepe. Ja, vielleicht ganz kurz noch zum Pepe. Kann auch zeitweise alleine bleiben, muss man natürlich auch wieder lernen. Was der auch kennt, ist auch vielleicht nicht so uninteressant, der kennt es im Wohnmobil oder Wohnwagen mitzufahren. Das ist schon spannend. Zu hoher zu kommen und kennt also auch so ein bisschen dieses Campinggeschehen und kommt damit auch gut klar. Also was für dich, Jenny. Ja, schon. Ja. Wenn mein Mann keine Hundehaarallergie hätte, dann hätten wir auch einen Ridgeback. Und hier kriegt der Ridgeback vielleicht einen eigenen Wohnwagen. Ja, aber das ist ja vielleicht für einige Leute, es gibt ja noch einige Leute, die auch mit Hund oder mit Ridgeback Camping machen. Das kennt er auf jeden Fall schon. Der hatte einen Rückbiss als Welpe, das ist aber vom Fachtierarzt behandelt worden, also auch kein Thema mehr. Wer dazu Fragen hat, auch gerne einfach melden. Und ja, das war es eigentlich schon so zu ihm, ja, so ganz viel. Gibt es da gar nicht, seitdem ihr habt noch Fragen, Rückfragen. Ich bin gerade am überlegen. Das hört sich eigentlich nach zwei super Hunden an. Ich glaube, das sind zwei super Hunde. Das ist halt auch ein tolles Alter, kann ich persönlich auch sagen. Also dreijährige Hunde sind zwar noch nicht völlig fertig, aber bringen ja schon echt viel mit. Und die haben jetzt beide nicht wahnsinnig viel Ballast. Also ja, da muss dran gearbeitet werden, ja, da muss was gemacht werden. Aber das ist jetzt nicht so, dass die drei Jahre schlecht gelebt hätten oder so. Also wir sprechen hier nicht über dreijährige Hunde, die drei Jahre lang an der Kette gelebt haben oder geschlagen worden sind oder nur Schlechtes erlebt haben. Also muss man sich, glaube ich, auch einfach mal bewusst machen, dass auch wenn da noch Arbeit drin steckt, wir sprechen hier nicht über schwer traumatisierte Hunde oder sowas. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz cool, dass man sagen kann, ja, ein dreijähriger Hund braucht noch Arbeit, aber Basis trotzdem da. Jeder dreijährige Hund braucht ja noch ein bisschen Arbeit. Genau, aber es ist halt eben eine Basis da. Also beide haben guten Grundgehorsam. Schön. Und besonders dann brauchen sie halt einfach auch noch Arbeit, wenn sie in ein neues Zuhause kommen, neues Umfeld, neue Abläufe, neue Prozesse, neue Gerüche. Keine Ahnung, alles ist neu. Dann ist das sowieso nochmal. Neue Menschen vor allen Dingen. Ja, ja. Ja, und neues Haus, alles ist anders. Du hast ja gerade gesagt, dann bewirbt sich jemand, der kann ja auch aus München kommen und nach Leipzig fahren. Also die Umgebung ist anders, die Freunde im Zweifel sind anders, die Straßen sind anders. Das macht ja schon was mit einem Hund, aber manchmal ist es auch echt so ein kleiner Reset. Und wir haben das auch schon erlebt, dass, ich will jetzt nicht schönreden, aber wir haben das auch schon gehabt, dass Problematiken im neuen Zuhause in der Form gar nicht mehr aufgetreten sind. Nicht, weil die neuen Besitzer so unfassbar viel besser waren. Also natürlich haben wir nur tolle neue Halter an dieser Stelle mal einen lieben Gruß. Aber auch manchmal, weil es wirklich so ein Reset ist. Also weil die alten Muster aufgebrochen werden, kennt man ja auch von sich selber, weil man eben einen Neustart macht. Also das kann eben auch echt gut sein. Ja, weil die Halter, Halterinnen, je nachdem wo der Hund war, dann natürlich auch irgendwie immer, also sie haben ja einen Grund dafür, ohne den zu beurteilen, warum sie das Tier abgeben müssen. Und sind dadurch natürlich auch gestresst, angespannt, das merkt der Hund. Na klar. Ja. Und wenn ich das immer weiter mache, dann festigt sich das ja trotzdem. Klar. Schlechtes Verhalten etabliert sich ja genau so, wenn es dann vielleicht noch verstärkt wird auf die eine oder andere Weise, wie zum Beispiel bellen, wenn der Postbote kommt, der Postbote geht, bellen hat geklappt, yay. Und wenn einfach in einem neuen Zuhause von Anfang an was anders gemacht wird und aufgebrochen wird und ganz anders verstärkt wird oder so gar nicht mehr gezeigt werden kann oder muss, kann das auch schon mal viel besser laufen. Also das ist auch tatsächlich nicht selten so, dass das gut klappt. Ja, auch den kleinen Racker werde ich verlinken. Super. Da könnt ihr natürlich gerne auch mal auf die Seite schauen und euch den netten kleinen Kerl mal näher anschauen. Er ist sehr hübsch übrigens, ich habe gerade schon ein Foto gesehen. Ja. Niedlich. Ja. Aber der Keanu ist auch sehr niedlich. Also wir haben, jetzt ist ein ganz dunkler, es gibt ja auch da, Geschmäcker sind verschieden, Ritschbeck ist ja Gott sei Dank auch. Einen schönen rot-braun und einen schönen so Semmelblond. Sehr süß bei der Farbe. Semmelblond. Auch nicht schlecht. So heißt es bei den, bei den Wischlern tatsächlich Semmelfarben. Semmelfarben. Aber Weizenfarben, einen Wheaton und einen Red Wheaton oder Dark Red Wheaton sogar. Ja, schaut auf jeden Fall gerne mal auf dem Instagram-Kanal vorbei von Rhodesien, nein nicht von Rhodesien, von Richbeck in Not e.V. und auch auf der Webseite. Beides findet ihr bei uns in dem Link in unserer Profilbeschreibung von Instagram, da könnt ihr dann weitergeleitet werden. Und ansonsten verlinke ich das natürlich auch, weil wir die Arbeit sehr, weil wir die Arbeit sehr, sehr schätzen und das nach wie vor natürlich sehr toll finden, was ihr da tut und was ihr da macht. Und ja, man kann euch als auch natürlich den Hauptprotagonisten, den Tieren, den Rhodesien und Richbeck nur einfach alle Daumen drücken und viel Erfolg wünschen, dass sie ein neues Zuhause finden. Ganz lieben Dank nochmal. Der Verein heißt übrigens tatsächlich, ich muss dich kurz korrigieren, Rhodesien Richbeck in Not e.V. Aber die Webseite heißt Richbeck in Not. Okay, da kann ich da nichts für. Das ist dann euer... Ich sag's jetzt einfach nochmal eben, bevor du nachher irgendwas rein... Dieses ganze Kauderwelsch da. Genau, es ist auch total egal, Richbeck in Not weiß jeder Bescheid und auch unter genau dem Richbeck in Not sind wir bekannt. Alles gut, nur ganz offiziell der Verein heißt Rhodesien Richbeck in Not, deswegen RR in Not e.V. Sehr gut. Danke, danke. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Dann gehen wir jetzt alle raus in die Sonne, genießen das gute Wetter. Jibbi. Herr Parker guckt auch schon so, als wenn er das gerne möchte. So sieht's aus. Ich glaube, das ist auch gerade so der Blick. Lass uns doch jetzt gerne mal spazieren gehen. So, das war Herr Parker, der jetzt auch Tschüss sagt. Bis die Tage, macht es gut, viel Spaß beim Hören. Und bei eurem Wochenendspaziergang. Tschüss. Bis dann, tschüss. Und bei eurem Wochenendspaziergang. Bis dann, tschüss. Vielen Dank.